hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar minecraft master bilder über neue socken dazu sagt ich kann nicht bauen es ist nicht tun stein ja scheiße wo sind die da ne leidert sie waren aber das beginnt wieder gut scheiße nochmal so wollen so dann man so 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 alle meine farbenhaften Baukunst ja so 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 ähm so 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 Das ist ehm. Hm. 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 So. 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 Ähm. Äh, 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 äh. Ach, scheiße. Socken. Äh. Hm. Ach, scheiße. Nein. Äh. Schöne Zugleistern. Hm. Hm. Ich weiß, ob ihr das kennt, wenn Amerika zum Beispiel ist das so. Ähm. Ähm. Das da ja. Solche in den Socken Geschenke reingert werden zum Nikolaus. Und zwar so. In der Art. Nachbauen. Aber halt nur in schlecht. Äh. 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 Wie gesagt, ich kann nicht bauen. Ähm. Ähm. Auch wenn sie so wirken. Aber. Ja. Ich bin echt. Äh. Am konzentrieren, ja. Natürlich. So. Ähm. Vielleicht. Ähm. Wo. Ja. Ich mach es jetzt mal einfach mal. So. Dann. Ähm. Oh. Äh. So. Oh. Scheiße. Der Ofen. Scheiße. Aus. Ähm. Hm. 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 Hä? Hä? Habe ich es jetzt? Scheiße. Äh. Äh. Nein. Nein. Was war es denn hier? Scheiße. Das sieht cool aus. Ich glaub mal okay, weil. Ich glaub mal okay, weil. Mann. Scheiße. Äh. 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 Ich hab es bloß gelassen. Äh. Ich hab es bloß gelassen. Äh. Ich hab es bloß gelassen. So. Was ist das eigentlich? Äh. So. Soll ich nicht was machen, aber. Ähm. Äh. 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 Was ist das? Äh. Weiß ich was es sein soll. Deswegen kann ich es nur schlecht geben. Ich will es selber auch geben. Äh. 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 Hä? Hä? Äh. Äh. Geil. Das, das ist gut. Aber wenn man das nicht erkennt, das sind so ein paar verschiedene. Also früher hat man noch Puppentheater gemacht. Äh. Puppentheater. Da hat man doch früher so. Socken. Socken. Zum Beispiel was dran gemacht. Äh. Ich sag mal wie. Knöpfe oder irgendwie so. Äh. Die Augen halt. Äh. Wegen. Nun. Äh. Das macht's. Hätte ich dir nicht gedacht. Ist auf jeden Fall mein bestes Ding hier. Äh. Äh. Was hat denn denn eine Hand? Hä? Was ist das in der Hand? Das macht keinen Sinn. Jetzt. Oh. Durchgewertet. Äh. Äh. Nee, nee. Nein, nein. Tut mir nein. Aber das ist... Nee, ich... Na du? Äh, 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 äh. Es hat... Es hat das Thema, aber... Gut. Okay. Super. Es hat das Thema, aber... Ich habe einfach... Ach, keine Ahnung. Es hat das Thema, aber nur so einfach. Also ich habe dir zum Beispiel einen Gedanken gemacht. Ey, es war kein Europas beim Ofen. Wie hier da. Aus dem Ofen. Oh, so ein Geschenk. Also, das ist gut. Ja. Was ist denn noch? Nein, noch einer, oder? Siebte. Okay. Äh, es war geil. Das war's für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst keinen Hübschen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, auch wenn es eine kurze Folge ist. Und einen schönen Tag. Ciao.